Was? Wie sollen wir das jetzt machen? Wie sollen wir es machen? Wir haben kein Essen. Passe aus. Leute, ich werde nicht mehr regenerieren können gleich, ne? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute mal bei einer weiteren Folge One Out. In dem Sinne grüße ich erstmal den Gorego, den Seiki, den Yuli Space und den Ananas Meister 2017. Ups, Ananas Meister 72. Jungs, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt oder eingeblendet werden wollt oder dem Format oder mir auch weiterhelfen wollt. Hashtag One Out in die Kommentare und dann ein Item, also heißt zum Beispiel Hashtag One Out Spitzsage, One Out was weiß ich. Jo, und dann wird das rausgenommen mit etwas Glück, wenn wir das Video schreiben. Wir spielen hier auf meiner Hass-Map, ihr, 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 die, ihr kennt's doch. Heute spielen wir auf jeden Fall ohne Essen, Jungs, das bedeutet, oder auch Mädels, das haben sich die Leute beschwert. Äh, du sagst nur Jungs, äh. Ähm, also Jungs und Mädels, wir spielen heute auch ohne Essen und Leute, das wird echt scheiße jetzt, Alter. Wir dürfen nicht mehr irgendwo runterfallen, wir, ja, wir, wir werden einfach sterben, wir werden sterben. Das ist fast unmöglich. Ohne Essen, wie will man das überleben? Kann, kann mir das jemand sagen? Ja, nice. Aber Leute, ist egal, weil unser Wettz wäre sowieso weg gewesen von einem von den beiden. Und den haben wir dann auf jeden Fall nochmal loose reingedrückt. So, und Leute, wir müssen uns jetzt echt konzentrieren, denn ich hab gar keinen Bock, jetzt immer wieder neu aufnehmen zu müssen. Ich hab jetzt übrigens auch die Legume of GOI ausgestellt. Das hat den Grund, dass es einfach ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht so clean aussah. Aber jetzt hab ich's viel schöner und cleaner eingestellt, weshalb ich jetzt einfach die GOI aus hab, was ich auch, ähm, wirklich schöner finde und sieht einfach besser aus. Leute, ich werd nicht mehr regenerieren können gleich, ne? Wett hab ich und jetzt muss ich schauen. Hm, komm schon. Stirb, Feirona. Okay, Leute, der blau ist schon mal tot, das ist es. Nein, ja, er ist tot. Okay, Leute, es geht weiter, wir gehen hier weiter. Leute, wir dürfen nicht, wie sollen wir das jetzt machen? Wie sollen wir es machen? Wir haben kein Essen. Wir haben so viel Vordämpisch genommen, wir haben kein Essen. Wie sollen wir es machen? Gar nicht. Jungs, wir haben sogar noch Dämpisch genommen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Wir holen uns jetzt noch schön den Kill und das war's auch, Leute. Wir wurden mit L beleidigt. Aber, Leute, wir haben zweieinhalb Herzen. Wie sollen wir das gewinnen? Wir haben zweieinhalb Herzen. Das geht nicht. Ah, doch, 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 doch. Leute, wir haben Heal Potions. Wir haben Heal Potions. Das ist das, was ich mir vorhin überlegt hatte. Jo, Jungs, Jungs, Jungs. Ja, wir sind wieder voll. Wir sind sowas von voll. Ja, das ist so schön, dieses Gefühl, Leute. Ihr wollt's nicht wissen. Aber ich sterb gleich und das ist auch nicht so schön, das Gefühl, wenn man stirbt. Aber, Leute, ich hab alles unter Kontrolle scheinbar. Ich darf wieder Damage nehmen. So, 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 stirb. Er hat ein Off-Road-Cape. Ganz coole Sache. Wie er L schreibt, alle. L ist nicht... Leute, Leute, schreibt nicht L. Schreibt nicht L. Das ist nicht lieb. Das ist nicht lieb. Was? Das war ja so unlegit. So, Leute, sind wir in der zweiten Runde und ihr wisst Bescheid ohne Essen, Leute. Es wird schwierig. Wir haben hier einen Artikel Top-Ten-Spieler. Und, Leute, es wird echt jetzt nochmal bremslich. Denn, Jungs und Mädels, es wird jede Runde immer sch... Es wird jede Runde immer schwieriger, Leute. Schreibt auf jeden Fall Hashtag OneNote dann ein Item in die Kommentare, was als nächstes raus sein soll. Und ja, Leute, wir müssen mal... Ich hab mir das mal eben überlegt und durch den Kopf gehen lassen. Wir müssen uns flacher bauen, weil wir dann eben eher weniger Volldamage nehmen. Ähm, Leute, wir dürfen auch keine Sandstone benutzen. Äh, Endstone. Wir werden schon wieder gesandwiched, wie letzte Runde. Ich glaube, die Nicks sind einfach zu schlecht gemacht auf Revy. Ist jetzt kein Hate oder so, aber... Ja, das ist einfach ein bisschen auffällig. Wenn ich jede Runde getargetet werde... Und ist geil, mein Bett ist jetzt gleich weg. Ähm, ja, schön. Dann ist mein Bett weg. Und ich werde getargetet, beziehungsweise gesandwiched. Und ja, er war sogar wanted, oder? Ja, einfach wanted. Unser Bett ist weg. Wir haben einfach Top-Ten-Spieler besiegt. Boah, Leute, wir müssen weg hier. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wie sollen wir es machen? Es sind die drei auf uns. So, hoffentlich schaffen wir es jetzt mal. Und dieses Mal möchte ich nicht wieder dreifach getargetet werden, Leute. Das war auf jeden Fall heftig. Äh, ja. Übrigens, falls es noch jemand nicht gesehen hat, bei Mause-Views, aka No-Risk war ich im Video. Und bei Betzke schaut auf jeden Fall bei den beiden Jungs vorbei. Die haben es sehr verdient, mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor allem, hier ist No-Risk, also mit seinem Plan-B-Kanal, Mause-Views. Ähm, ja, einfach mal gönnen, Leute. Ich feiere ihn selber schon sehr lange. Und da kann man sich auf jeden Fall mal seinen Kanal anschauen. Ihr könnt übrigens wie jedes Video auch, ihr kennt es von mir mittlerweile, und oben rechts bei der Infokarte abstimmen, wie ihr das Format so findet. Und auch ein paar andere Videos von mir abchecken. Würde mich sehr freuen. Und Unterstützung ist immer super. Und Leute, bei Miniland ist, glaube ich, der Vorteil, dass wir uns gar nicht so hoch bauen müssen, weil wir gar nicht mal wirklich stark nach oben ge- hitted werden müssen, beziehungsweise wir kämpfen gar nicht weit oben. Bedeutet, auf Miniland kann man diese Challenge wirklich relativ einfach schaffen. So, Leute, da ist schwarz und, oh, ich wäre fast runtergefallen, Jungs. Das wäre auf jeden Fall mal eine belastende Sache gewesen. Wir gehen jetzt hier hin, boxen ihn runter. Und bauen uns hoch. Willen ist back. Und nice, Leute, drei Kills, drei Betten. So, du machst hier gar nichts. Ja, Leute, Finale, das heißt Slashnik. Und wir haben jetzt viel Spaß mit dem letzten Gegner auf jeden Fall. Und hoffentlich, Leute, schaffen wir es dieses Mal. Denn, Leute, ich habe echt mir den Kopf zerrissen, Leute. Ich habe mir wirklich, ich glaube, zweieinhalb Stunden mich drangesetzt, und habe versucht zu spielen. Habe teilweise, ja, auch mal ein bisschen zwischendurch war ich AFK, aber trotzdem, Leute, es ist echt eine schwierige Sache, da man echt... Was? Da man auf den Maps, die halt so Platzangst oder UFO heißen, immer sich hochbaut, und dann kriegt man immer so viel Tonnen von Volldermitsch und dann ist man echt tot. Aber, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und ich würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Hashtag OneHout. Das Item in die Kommentare und oben rechts in der Infokarte alle anderen Videos schauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.